Freie Fahrt. Nach dreijähriger Bauzeit wurde am Freitag die Hafenbrücke eingeweiht. Darüber freuten sich besonders die Unterneustädter. Nach drei Jahren Bauzeit freue ich mich vor allem für unseren Stadtteil, die Unterneustadt, dass der Verkehr wieder über die Hafenbrücke fließt und wir deswegen geringeres Verkehrsaufkommen im Quartier haben werden. Das finden auch Oberbürgermeister Bertram Hilgen und Verkehrsminister Dieter Posch, der die guten Arbeiten lobte. Ich bin häufig durch Kassel gefahren, weil diese Brücke ja zwei Bundesstraßen miteinander verbindet. Wie es gelungen ist, Unterverkehr zu bauen, das ist eine große Anstrengung für die Bauunternehmen, so etwas hinzustellen und so etwas hinzukriegen und das ist alles unfallfrei gelungen und das fand ich eine ganz tolle Leistung. Und unfallfrei wird es auch hoffentlich bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017